Mark Heinrich Post Alexandra war ein stilles Mädchen. Das mochte wohl auch daran liegen, dass in dem Außenbezirk, in dem sie mit den Eltern wohnte, keine gleichaltrigen Kinder lebten. Als sie aber heute aus der Schule kam, schien es, als leuchteten ihre Augen mehr als sonst. Ist Post für mich da, Mami? rief sie schon auf der Treppe. Mama wunderte sich nicht wenig. Post? Nein. Warum? Wer sollte dir denn schreiben? Nun ja, vielleicht morgen, tröstete sich die Kleine und sprach nicht mehr weiter darüber. Und tatsächlich, tags darauf hatte der Postbote einen Brief für sie gebracht. Kaum dass sie sich Zeit zum Umziehen nahm, ging sie auf ihr Zimmer und öffnete das Kuvert. Nun hielt Mama es aber von Neugier nicht mehr aus. Was steht denn in dem Brief, Kleines? Da, antwortete Sandra glücklich und zeigte auf eine Liste. Lauter Adressen von Mädchen, die wie ich eine Brieffreundin suchen. Und wiederseigungen. Danke.